Es ist zu ruhig Oh mein Gott alter Jo Freunde was geht ab, willkommen zu einem neuen Video Diesmal mit Poppy Playtime Chapter 2 Und ich hab's durchgezockt und ich kann eigentlich nur sagen Das Spiel hat auf jeden Fall Chapter 1 komplett übertroffen Es ist ein unglaublich gutes Spiel Und ich will euch jetzt auch nicht verlabern Es ist 5 Uhr 30 morgens, ich hab durchgeschnitten die Nacht Ja, ich bin echt mega müde, ich geh jetzt schlafen Ihr könnt das Video genießen Viel Spaß mit dem Video, folgt mir gerne auf allen Plattformen Alles ist unten verlinkt Haut rein Ich bin hyped Chapter 2, fly in the web Let's go So, schauen wir mal was passiert Hold any button to skip Ich skip hier gar nichts Was ist das? Ich würde Smash Let's go baby Playtime Playtime Oh Das war nicht lustig Okay Okay Ich habe jetzt schon Angst, Digga Ich habe jetzt schon Angst Smash Okay, wake up Ich bin aufgestanden Ich bin auf jeden Fall aufgestanden, Digga Müde bin ich aber schon, weil ihr Pisser Zwei Stunden zu lange gebraucht habt zum Releasen Oh Es ist Wir sind genau hier, wo es geendet hat im Chapter 1 Uff, Digga Diese Lags Maschallah Was ist denn? Hier, diese Puppe ist auf jeden Fall weg Ja In Chapter 1 war die Puppe noch da Und ich würde mal sagen Wir laufen mal weiter, oder? Digga, ich habe jetzt schon Angst, Digga Ich habe jetzt schon Angst, Digga Let's go Also, ich muss hier irgendwie rauskommen Die Frage ist nur, wie Oh shit, Alter Oh mein Gott, Alter Boah, ich habe jetzt schon Angst, Digga Komm, wir laufen mal durch Einfach straight So Grafisch ist es auf jeden Fall schöner geworden, habe ich das Gefühl Okay, Freunde, wir gehen da durch Let's go Mach die Tür auf Nein? Okay Nein Scheiß, mach ich Oh Ah, okay, ich habe es herausgefunden Okay, wir müssen da durch Wir müssen mich da noch sein Und wie gehe ich jetzt hoch? Oh Wie lasse ich los? Wie lasse ich Ja, jetzt Es hat am Anfang kurz geleckt, aber jetzt leckt es nicht mehr Okay, Freunde, wir suchen es noch einmal Let's go Ja, ich habe es geschafft Wow, ey, wirklich, aber man muss schon sagen, es schaut wirklich sehr, sehr schön aus Sehr, sehr schön Wunder mit dir Ich sollte da drauf drücken, ich Idiot Nein, ey, wieder hoch mit dir Komm hoch, Digga, ich muss drücken Kannst du bitte hoch? Ich muss drücken Digga, da ist der Knopf wieder verkackt Ich kann eigentlich das Game wieder von euch starten, Alter Ey Bitte Dreh dich um Dreh dich um Nein Digga, bitte Dreh dich um Ja Ja Jetzt hoch Ja Oh, geht doch Digga, ich komme nicht mehr raus Ich bin hängen geblieben Weg mit dir Okay, let's go Zeig dich, Arschloch Hör auf so zu lachen, Mann Wo bist du? Warte, wir machen Tricks Digga, IQ 900 Mach auf die Scheiße Wo bist du jetzt, Arschloch? Oh, shit, Rätsel, Mann Ey, fuck Okay, hier ist ein Schlüssel Dankeschön Okay, ich habe einen Schlüssel gefunden Perfekt Leute, der Klassiker Das Spiel beginnt gerade Ich komme nicht mehr weiter Wir laufen weiter, Freunde So, wir laufen zurück Wir schauen uns mal hier die Tür an Perfekt Oh, ja Ich habe es doch gesagt Hallo Hallo Oh, eine Kassette Wichtig Ja, damit Hier ist ein Schacht Was steht da? My best friend Cringe, Digga Oh, 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 oh Perfekt Ich kann da durch Okay Oh, es wird düster, Leute Leute, ihr wisst Poppy Playtime und Schacht Das sind Das ist eigentlich keine gute Idee Dass ich hier runter laufe Aber egal Wir versuchen es So Bismillah Ey Geh weg Busch Achso, oh Da muss ich drücken Okay, Dankeschön Wir machen den hier Dann den hier Dann den hier Und dann den hier Easy Danke, danke, danke Und jetzt verpiss dich Sie war stuck? Okay Okay, bis später Schotzi Ich will nicht Okay, Freunde Digga, du bist doch schon längst weg Halt mal deine Fresse jetzt Bro, warte doch Warte Wo soll ich hin? Ach, da ist sie Ey Warte auf mich Digga Ich hab Angst, Alter Ich will da nicht durch Nein, ich will nicht kommen Ich komme, Digga Ich komme Nimm mich mit Hallo Wo bist du hin? Hey, ich bin hier Ah, hier Hallo Ich sehe dich Ich sollte dich durch die Fenze folgen Diesen Weg Okay Okay, ich komme mit Ich komme mit Aber ich bin nicht so klein wie du Ich passe da nicht durch, Mann Oh, oh, oh Ich habe ja eine Kassette Warte mal Okay, wir schauen uns erstmal einen Film an, Leute Das ist nämlich ganz wichtig Langweilig Schnauze Ich will mein Geld zurück Ich denke mal, ich muss wieder vorlaufen Ah Hier müssen wir hin So, let's go Was Ist das jetzt ein Parcours-Game geworden Oder Och, ich kann hier sogar sterben Scheiße Alles klar Ich muss Ich muss gut sein, Freunde Okay Anlauf nehmen, Digga Ganz viel Anlauf Und let's go Oh, I'm stuck Wir haben es geschafft, Leute Wir haben es geschafft Wir laufen weiter Was ist das eigentlich für? Hört ihr das auch? Hört sich scheiße an Mach auf Schatzi, ich bin da Ich bin da, Schatzi Schatzi Ich bin hier Wow Nimm mich mit Okay Okay Also, ich schaue mich jetzt wieder da vorne um Wenn ich nichts finde, springe ich da einfach runter Aber ich gucke mich jetzt vorne um Ah Ah, 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 ah Doch, 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 wir haben es Haben wir es? Nein, haben wir nicht Was ist hiermit? Hm Oh, nice Ich bin außerhalb der Map Chillig, Digga Chillig Cooles Spiel Junge, ich bin einfach außerhalb der Map Ey, nein, ich will nicht gucken Ich will mich nicht spoilern lassen Bevor ich irgendwas sehe Aber ey, ich bin der Erste, der es geschafft hat, Digga Ich bin der Erste Es gibt keinen Streamer, keinen Spieler, der das so gemacht hat So, ich bin wieder da, Schatzi Jetzt will ich mal sehen Jetzt will ich mal sehen, wie du runtergezogen bist Komm Ich komme mit Oh, es war doch richtig, runterzuspringen Easy Speedrunner Ich spiele das Spiel zum ersten Mal Ich sag's euch jetzt schon Speedrunner So, wir machen jetzt den hier Oh, shit Wir machen so Oh, oh, oh Rätsel, Rätsel, Rätsel Alles klar, Digga Alles klar Dann probieren wir es mal so Okay, ich muss es da hinbringen Machen wir es einfach so Okay, das ist falsch Aha, okay Wie soll das funktionieren Ich hab's, ich hab's Das ist ein Zeichen Das ist ein Zeichen Und zwar Guckt euch jetzt an, was ich mach Warte mal, vielleicht wenn ich schnell bin Ich bin so gut, alter Ich bin so gut, alter Hey Mein Hand ist weg Oh, okay Ich glaub, ich hab ein Problem Lass ihn, Ruhe Das ist meine Freundin Hey Verpiss dich Ich hab keine Angst vor dir Komm her Komm, wenn du dich draust Komm Und wenn du dich drausst mit den Spielern Ich gebe dir die 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 Mutter Liegt diese Idee Puppe Oh, du hast so viel Spaß Du gehst Gehre zur Erinnerung und Mutter wird die Dinge angefangen Oh, 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 chill, 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 chill. Ich habe sie eh nie geliebt. Oh, es geht aber weiter. Okay, Freunde. Ha, chilliges Spiel, würde ich mal sagen, oder? Chilliges Spiel. Aufmachen. Wow. Wow, schaut das schön aus, man. Heftig. Das erinnert mich ein bisschen an FNAF. Security Breach. Da, wo diese Sonne da war, ne? Wow, wirklich sehr, sehr schön gemacht, wirklich. Props, Props. So, ich denke mal, ich kann mich hier mal umschauen. Egal. Runter mit dir. Was passiert hier? Oh, ich brauche eine grüne Hand. Okay, ich brauche eine grüne Hand. Musikal-Memorie. See you in a bit. Okay, let's go. Was habe ich jetzt aber gemacht? Was ist passiert? Was passiert hier? Oh, shit. Ey, langsam, langsam, wirklich, wird's heftig. Langsam wird's heftig. So, gucken wir mal bei den anderen Schaltern, die was machen. Okay, bei denen passiert noch nichts, weil die Leuchten nicht droht, okay? Alles klar. Ich laufe noch ein bisschen. Ich schaue mir mal ein bisschen um. Oh, da geht's runter. Okay, wir gehen runter, Leute. Ey, langsam aber sicher wird das ein Labyrinth hier, ne? Wollen wir runter? Ach, ich bin runter. Komm, ich habe eh nichts zu verlieren. Och, nein. Ich bin mir so sicher. Ich weiß schon, was passieren wird, Alter. Bitte verschulde mich. Oh. Okay, was ist das jetzt hier? Okay, das ist eine Kassette. Hoppala. Ich wollte die Kassette. Oh, Lotto. Alter, das sind so viele Rätsel, Mann. Okay. Hä? Okay, das muss ich verbinden. Perfekt. Jetzt läuft's. Was ist jetzt passiert? Okay, die beiden sind grün. Oh. Das sind Hände, oder? Ah, ich bekomme hier die grüne Hand. Ich bekomme hier die grüne Hand. Safe. Ja. Her damit. Okay, Freunde, wir drücken weiter. Mach die Hand grün. Aha, okay, hier ist ein Fehler. No paint in machine. Okay, wir brauchen Farbe, Leute. Berückt euch jetzt mal. Chilt mal ab, ja. Chilt. Äh, warum ist die Tür aufgegangen? Egal, hier geht die Welt unter. Ich schaue erstmal einen Film, Leute. Ich schaue erstmal einen Film. Scheiß drauf. Weil hier steht, wie ich das mit der grünen Farbe hinbekomme. Schaut green power. To temporary hold electric. Ah, ich speicher mit dem grünen, ich speicher damit Strom. Ha. Geil. Okay, 10 Sekunden lang wird Strom gespeichert. Stark. Langweilig. Schauen wir uns das mal an, wie es geht. Aber ich denke mal, ich muss da durch, weil hier die Tür ist gerade nämlich aufgegangen. Okay. So, wir laufen hoch. Ah, hier ist schon die grüne Farbe. Perfekt. Hat funktioniert. Wir haben die grüne Farbe da. Was ist denn das hier eigentlich? Okay, nichts. So. Grüne Farbe ist da. Let's go. Perfekt. Ja, Bro. Fünf Ende brauche ich jetzt auch nicht. Okay. Alles klar, jetzt müssen die noch hierher fahren. Gucken wir mal. Nice. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die grüne Hand. Okay. Dann. Energie speichern. Ich habe sie jetzt 10 Sekunden lang. Und dann hier rein. Bam. Wow. Also, bis jetzt bin ich krass, oder? War ich, war ich jemals so gut in einem Spiel? Ich check bis jetzt alles. Aber ist auch gefühlt gerade für Kinder. Oh, ich muss schnell rein, weil die Tür geht zu, oder? Ja, okay. Let's go. Okay, do not enter. Ich habe langsam, aber echt Angst, oder? Okay. So. Press here. Okay, let's go. Warte mal, muss ich jetzt tanzen. Langweilig. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, Leute. Ich zwerg schon, Bro. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. Oh, dicker, ich habe jetzt gar nichts verstanden. Was müssen wir machen? Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns and quicker succession. Alles klar, es wird immer schwerer. Good luck. Thank you. Thank you, thank you. Wo beginnt's? Oh, ich weiß nicht mal, welche Seite. Scheiße. Wo bin ich denn? Okay, let's go. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place of it running in years. Mommy, can you only imagine how excited Bunzo must be? It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh, that's the dinner bell. Good luck. Danke schön. Okay, let's go, Freunde. Geh weg, ich kann nicht, wenn du da bist. Ich schäbe mich voll. Off. Blue, blue, yellow. Ah, das letzte ist es einfach. Hä, verstehe ich irgendwas falsch? Yellow. Achso. Oh, monartiger. Ich hab's falsch verstanden. Ich muss blau, blau, gelb machen. Und nicht den... Sorry, Leute, sorry, sorry. Let's go, weiter geht's. Yellow. Yellow. Red. Yellow. Red. 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 Yellow. Viel zu einfach. Red. Blue. Yellow. Red. Red. Yellow. Red. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon überfordert. Red, mellow, green. Red, mellow, green, blue. Red, mellow, green, blue, green. Red, mellow, green, blue, green, violet. Red, mellow, green, blue, green, blue, green, 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 white blue orange violet white blue orange violet yellow white blue orange violet yellow white wir haben es geschafft leute oh mein gott junge übertreibt doch nicht kustabel äh ich hab doch achso hot jay jay hard jay hard hard five jay hard hard pie Hi, Question Mark. Wo ist Question? Wird er mich verarschen, Digga? Ich hab's geschafft? Sorry. Bekomme ich jetzt irgendwie Geld oder so? Must take it. Ah, Dankeschön. Alter, du hast echt lange Hände, Mann. Geh mal zum Arzt. So, Dankeschön. Train... Train Access. Okay, ich kann damit ins Zug. Mommy was hoping the game could last a little longer. Hau rein, Baby. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Oh. Das hat sich irgendwie pervers angehört, aber okay. Wir laufen weiter. Wir laufen doch nicht weiter. Wir sind einfach runter gefallen. Okay. Düster die Stimmung, düster. Oh-oh. 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 Click once for the question. Click again for the punchline. What do you call a dino with one eye? Äh, Pirat? Ja, sag doch! Äh, do you think he saw us? Ich hab's nicht gecheckt. Okay, hier ist, äh... Oh. Ah, okay, okay. Ich glaube, ich brauch das hier, oder? Oder? Ja. Okay, perfekt. Jetzt brauch ich nämlich Strom und dann kann ich den anpacken, oder? Okay, let's go. Weg mit dir. Okay, aber wohin mit denen? Oh, sch... Ja, egal, okay. Da ist er. Da steht er gut. Der Ball. Tatsächlich. Was ist mit... Ja, doch, 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 doch. Das könnte klappen, das könnte klappen. Also das mit der Physik, das müssen wir noch üben. Okay, hier geht's nicht hoch, ich muss hier seitlich laufen. Alles klar, hier ist wieder Ding, hier ist wieder ein Rätsel, ich brauch Strom. Ich könnte Strom von drüben holen, dann... Habe ich 10 Sekunden Zeit, ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe, seitlich. Egal, wir drücken einfach mal den Knopf. Passiert nichts. Hier ist auch wieder, auch Strom. Hier auch. Hm. Okay, ich glaube, ich versuche das mal mit dem Strom. Schaffe ich das 10 Sekunden? Ja, doch, 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 wenn ich meine Hand... Ja, ich darf einfach nur nicht loslassen. Okay. So. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Okay, jetzt habe ich Strom. Jetzt könnte ich theoretisch den hier machen. Fuck. Ich glaube, ich hätte den Knopf drücken sollen damit. Okay. Wir probieren es nochmal, Leute. Achso, ich Idiot. Da ist ja Strom. Hey, hey, chill. Hallo? Das wollte ich nicht. Okay, doch, 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 doch. Okay. Wir machen den hier. Genau, dann den hier. Aber wie soll... Wie soll ich runter? Wie soll ich runter? Okay, jetzt loslassen und wieder durch. Genau. So. Genau. Und jetzt... So. Und dann so. Digga, ich bin einfach viel zu krass für dieses Spiel. Ah, ich kann den Knopf drücken. Okay. Perfekt. Die spielen mit mir, ne? Am Ende, ich sage es euch mit Ansage, am Ende kommt so ein heftiger Jumpscare, dass ich einfach sterben will. Oh shit, Alter. Okay, hier komme ich nicht durch. Okay, wir laufen hoch. Let's go. So, ich bin jetzt wieder hier. Ah, okay. Ich bin jetzt wieder hier, aber ich kann, glaube ich, jetzt Zug fahren, oder nicht? Psst. Psst. Aha. Hoppala. Let's go. Wow, du hast fantastisch gemacht. Danke. So. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Nee. Tatsächlich nicht. Hier war ich noch nicht. Okay. So, wir haben es geschafft. Wir sind weitergekommen. Alles klar. Okay. Okay, hier habe ich jetzt... Ich weiß, was passiert, Alter. Ihre Arme kommen jetzt aus den Löchern raus. Safe. So, zeig dich. Zeig dich. Komm, ich weiß, dass du da bist. Welcome to Wackawagi. Wackawagi. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Okay, let's go. Around you are 18 sizable holes. Okay. An adorable Huggy Wuggy Toys could appear out of any one of these holes. Leute, wir sehen wieder Huggy Wuggy. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Okay, ich muss... Alles klar. Dankeschön, Bro. Let's go. Ich bin ready. The toys in this game used to have strings attached to them. So they could be pulled back when they got too close to the children. Hmm. Have fun. Danke. Let's go, Freunde. Let's go. Wo ist er? Ah, ich höre ihn. Oh, ich höre ihn an mehreren Orten. Da ist er. Alter, wie viele Huggy Wuggy sind das? Ach du heilige Scheiße. Da sind echt viele Mann. Oh, ich muss echt aufpassen gerade, Leute. Okay, aber bis jetzt läuft es gut. Hier höre ich ein. Hier höre ich ein. Rechts von mir höre ich ein. Ey, scheiße. Wieso guckt keiner raus? Ach du scheiße Junge. Beruhigt euch mal, Alter. Oh, da ist ein gelber Huggy Wuggy. Was war das? So, dann gibt es gelbe. Easy, easy. Oh, weg mit dir. Ein roter? Okay. Ach du heilige Scheiße, Mann. Das wird immer schwieriger. Ah, dicker Scheiße. Fuck. Ey, das ist sauschwer. Wir machen mal ein bisschen Helligkeit auf Anna. Wir machen die Helligkeit ein bisschen weiter an. Oh. Das ist mir doch zu dunkel, Digga. Okay, let's go. Jetzt sehe ich einfach alles. So muss ich es schaffen. Okay. Ey, das ist wirklich, das haben die wirklich ein bisschen zu schwer gemacht meiner Meinung nach sogar, ne? Ich muss mich eigentlich immer so im Kreis drehen und gucken, wer wo ist. Was? Ich seh halt grad keinen. Okay. Freunde, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Langsam, langsam läuft's aber besser. Liegt nicht an der Helligkeit. Oh, es wird mehr, es wird mehr. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Holy shit, Alter, was war das am Ende? Wir können die Helligkeit wieder runter machen. Ey, wie ihr gesagt, es ist Round 2, Alter. Dann flipp ich komplett aus. Dankeschön. Schatzi, gib her. Wo ist das? Gib her. Ah, hier. Dankeschön. So, was hab ich hier? Icons must be colored in the exact order. Okay. Traincode. Ah, okay. Wenn ich alle drei... Ich will nicht mehr spielen, bitte. Ah, ich seh's doch. Hier. Aha. Perfekt. Wir haben's geschafft, Leute. Okay, äh, esse. Yum, 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 yum. Okay, mehr, mehr, mehr. Lecker, lecker. Ess. Echt, verdammt. Doch, einmal noch. Einmal noch. Yum, yum. Ich hab gesagt, no more. Ey, das haben die echt lustig gemacht. Also, let's go. Wir machen weiter, oder? Oh, nein. Nein. Oh, mein Gott, nein. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Aber wo soll ich hin? Der ist sogar pink. Oh, mein Gott, wie süß, Digga. Du kannst ja gar nicht so... Hallo, du süßes Kleiner... Oh, Gott. Bist du higi-wigi? Was machst du da? Das war nur Spaß. Ich... Du bist nicht mehr higi-wigi. Ha. War so klar, dass ihr Angst habt. Dankeschön. Alles klar, damit muss ich auch wohl was anstellen. Okay. Ich muss Regen hier machen. Dann so. Dann so. Und jetzt bin ich durch. Okay. Okay, und was jetzt? Ah, okay. Jetzt habe ich das hier aufbekommen. Und jetzt kann ich das hier... schieben. Hier hin. Okay, das... Das klingt alles... Das klingt alles logisch. So. So. Jetzt muss ich mich wieder beeilen, oder? Ich nehme mal ein bisschen Stroh mit. Ja. Okay, wir haben die nächste Tür aufbekommen. Und... Machen... Den hier. Hoppala. So. Kassette. Film anschauen. Langweilig. Oha, der hat die Mickey-Maus-Stimme. What the fuck? Der hört sich einfach an die Mickey-Maus. Und zwar... Wir machen so... Krass. Krass. Oh, ich muss vor. Ich muss vor. Ich muss vor. Oh nein. Ich habe es vergessen mitzunehmen, Digga. Komm, schon, schon, schon. Geschafft. Stark. Stark, Leute. Stark. So. Ich würde mal sagen, ab mit dir nach unten, oder? Soll ich mitkommen? Ja. Der macht das jetzt kaputt. Okay, perfekt. Komm, 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 komm. Oh nein. Die ganzen Spielzeuge. Okay. Okay. Okay, ich kann hier runterspringen. Oh nein. Das erinnert mich wieder an Chapter 1. Oh mein Gott. Egal, wir springen runter, Leute. Och, nö, Digga. Och nein. Ich gehe da nicht vor. Oh mein Gott. Ich will nicht. Oder? Ah doch, wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft, Leute. Sehr stark. Freunde, es geht weiter. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, das letzte Spiel ist nicht gottlos, ja? So, schon wieder ein paar Rätsel. Do you want to play with PJ? What the fuck, Alter? Okay. 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 Alles klar. Jetzt muss man wieder ein bisschen nachdenken, Freunde. Okay. Jetzt ist es oben. Okay. Ich muss schnell sein. Ich muss schnell sein. Das geht automatisch aus. Okay. Ich muss schnell sein, Leute. Einen Moment. Scheiße. Mann, ist das schwer, Alter. Wieso geht es nicht? Ah, okay. So habe ich länger Zeit. Einen Moment. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Sehr stark. Alle liken. Dafür, dass ich es geschafft habe. Nach 10 Minuten. Lass mich da durch. Oh shit. Okay. Fernseher. Ist es das letzte Spiel, oder was? Die Regeln sind einfach. Oh shit. Du kannst durch die Obstakulkurse in dieser Zeit gehen. Aber wenn die Lichter aufhören, kannst du nachher schauen, aber nicht mehr gehen. Du kannst wieder gehen, wenn die Lichter aufhören. Ich kann laufen, wenn das Licht aus ist. Der liebende PJ Pugapillar folgt dir. Wenn PJ dich erreicht, ist dein Test vorbei. Okay. Oh mein Gott, Alter. Geh mal weg. Der verfolgt mich jetzt, Junge. Ich komme nicht klar, Alter. Scheiße. Ich bin sowas von ready, Alter. Ja, Mann. Einfach Squid Game Vibes, Mann. Ich denke mal, ich muss von hier losrennen, oder? Und dann hier um die Ecke. Let's go. Ich habe das jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ich werde wahrscheinlich direkt sterben. Nerv nicht, Alter. Du hast mich so gequält heute. Was ist denn falsch mit dir? Mach die Tür auf. Komm, let's go. Ach, ich muss mir den Weg merken. Okay, den Weg merken. Äh, kann ich einfach so sliden? Ich darf mich nicht bewegen, wenn das Licht an ist. Ich habe es verstanden. Alles gut, Leute. Nichts passiert. Ich darf mich nicht bewegen, Leute. Oh, mein Gott. Ich muss schneller sein als der. Der bewegt sich ja schneller als ich. Alter, was ist denn mit dem Falsch, Mann? Chilliges Spiel. Ich verstehe das nicht. Darf ich jetzt? Darf ich jetzt nicht schneller sein? Also, darf ich mich jetzt bewegen? Ich bewege mich mal einfach. Ich renne. Ich renne doch nicht. Okay, ich darf nicht rennen. Ich darf nicht rennen, Leute. Ich hätte zuhören müssen am Fernseher. Wenn Licht ausgeht, darf ich, glaube ich, rennen. Aber da muss ich wirklich schnell sein, Digga. Weiter geht's, Freunde. Schaut euch den an. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter, verpiss dich. Der Bruder ist schnell. Aber nicht so schnell wie ich. Oh, shit. Die Musik geht schneller aus. Ey, Snare. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Leute. Betet für mich. Okay. Einfach so drüber springen die ganze Zeit. Alles klar. Oh, mein Gott, Alter. Verpiss dich. Bruder, lass mich in Ruhe. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Ich bin am Arsch. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin so was von am Arsch. Jetzt muss ich drüber springen. Okay. 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 Es läuft noch gut. Okay. Hier so drüber. Alles klar. Hä? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da muss ich draufklettern. Ich muss da draufklettern. Ich Idiot. Die haben mich so gebetet. Die Arschlöcher. Ich muss da draufklettern. Ich bin jetzt auch noch hängen geblieben. Stark. Die haben mich mies gebetet, Leute. Mies haben sie mich gebetet. Nini zockt. Danke für den Verlust. Die haben mich gebetet. Ey, aber der ist voll langsam, Alter. Der kriegt mich nicht. Ich komme aber hier nicht mehr raus. Leute, ich bin wieder unter der Map. Ich bin unter der Map. Ich habe mich versteckt. Ach, du heilige Scheiße, Mann. Okay, Freunde. Aber ich habe es herausgefunden. Ich muss da rechts. Am Ende muss ich rechts klettern. Freunde, alle auf TikTok gerne den Like-Button sprengen. Oder kommt auf Twitch. Kommt auf Twitch. Link ist in der Bio, Freunde. Oh! Ich bin rückwärts gelaufen. Ich bin in die falsche Richtung. Chapter 2 ist bis jetzt wirklich 10 von 10. Neues Spiel, Leute. Neues Spiel, neues Glück. Diesmal ungefähr der 27. Versuch, aber diesmal schafft es. Okay, das ist echt eklig, Mann. Diese Stelle, ja. Alles klar, Decker. Alles klar. Yo, yo. Was geht ab? Ich kann das nicht hier. Oh, shit. Der ist schnell. Oh, links ist easy. Da gehe ich sowas von hin. Ich schaffe das, Leute. Okay. Das wird jetzt eklig. Aber irgendwo muss ich... Okay, ich bin gut in der Zeit. Ich bin gut in der Zeit. Da hoch muss ich. Fuck! Hier hoch. Ich bin gut. Ich bin gut. Okay, was jetzt? Was jetzt? Wir haben es geschafft, oder? Oder geht es noch weiter? Hey, wo bist du? Ich habe Angst. Ich hau ab, Digga. Ich hau sowas von ab. Hier, Mami. Alter, du fuckst mich so ab. Was ist denn dein scheiß Problem? Nö. Ich habe dich nie geliebt. Ich habe dich nie geliebt. Hier, ich bin hier, ey. Bist du blind, oder was? Okay, ciao jetzt. Ich geh. Es ist ein bisschen zu ruhig hier. Ich habe Angst. Nicht mal Musik läuft. Das hat was zu bedeuten. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du. Ach, ach, ach. Läuft alles, oder? Kann ich da durch? Nein, kann ich nicht. Ich muss hochlaufen. Okay, schon wieder ein Test. Okay, alles klar. Ich weiß, wie es funktioniert. Okay, so. So muss ich durch. Guck, hier muss ich einfach nur eine Puppe rein. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst Bescheid, was das bedeutet, eine Puppe in so einen Behälter reinzusetzen. Das ist meistens ein ganz, ganz schlechtes, ein schlimmes Zeichen. Okay, aber jetzt ist noch alles ruhig. Wir laufen weiter. Komm, let's go. So, wo bin ich jetzt? Okay, hier Strom. Hier ist auch Strom. Hier ist auch Strom. Hier ist auch Strom. Ah, okay, 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 okay. Okay, jetzt hab ich's. Ich muss meine Hand damit aufladen, dann muss ich schnell rüber. Und ich hab 10 Sekunden Zeit. Dann machen wir den hier. Nur ein Pfosten. Dann machen wir eine schöne Drehung. Machen die Tür hier auf. Machen den so. Ah, ja, jetzt beide Pfosten. Jetzt beide Pfosten, schnell, bevor die Tür zugeht. Nein! Ja! Oh mein Gott, Alter! Okay, alles gut. Es ist wieder zu durch hier. Es ist zu durch. Oh mein Gott, Alter! Was willst du von mir? Geh weg! Okay, jetzt geht's. Okay. Jetzt werden wir ein letztes Spiel spielen. Scheiß drauf. Ich lauf los. Ich lauf einfach. Einfach loslaufen. Ach, ich muss mich verstecken. Hat sie gesagt, ich muss mich verstecken? So, ich versteck mich jetzt. Oh, 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 es hat gehangen. Sorry, Leute. Oh, shit. Es geht hier nicht weiter. Ah, doch, doch, doch. Hier, hier, hier. Einfach weiterlaufen. Hide and seek hat sie gesagt. Okay. Sie hat hide and seek gesagt. Das heißt, ich muss mich verstecken. Ich renne einfach weg, die Gleis. Das ist besser als verstecken. Oh, fuck. Okay, lass mich da rein. Oh, mein Gott. Diese Flashbacks. Oh, ich wollte das noch haben. Okay. Exit. Exit. Fuck, es funktioniert nicht. Okay. Okay. Okay, warte, hier muss ein Hinweis sein. Aber was hat, was, was ist hier bitte? Also, okay, okay, jetzt habe ich, also eins ist rot. Leute, alle in den Chat schreiben, eins ist rot. Also, eins ist rot, zwei ist blau, rot, blau, grün. Wo ist die vier hin? Es gibt keine vier. Das ist der Trick. Rot, blau, grün. Rot, blau, grün. Na, okay, dann so. Oh mein Gott, Alter! Geh weg! Oh shit! Digga, hör auf! Oh fuck! Ich bin am Arsch! Unglaublich. Okay, okay, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Alter, du bist, was ist das für eine Stimme, Alter? Okay. Hoch, 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 hoch. Das hat nichts gebracht! Das hat nichts gebracht! Schaut schon mal gut aus. So, wir rennen den Schalter um. Okay, was passiert jetzt? Irgendwas. Ich hab Strom. Bräuchte ich vielleicht? Ah, warte mal, hier ist was. Oh. Okay. Was ist jetzt passiert? Okay, es ist nichts passiert. Ich muss wahrscheinlich davor noch irgendwas erledigen. Was könnte ich... Ah, okay. Eisen. Aha. Ich muss Eisen zum Schmelzen bringen. So, Freunde, tut mir leid, einen Moment. Okay, wieder da. Tut mir leid. Weiter geht's. Ähm, ich muss Eisen zum Schmelzen bringen. Das muss nach oben irgendwie. Hier ist eine Leiter. Bringt nichts. Was macht... Was macht das? Da stimmt was noch. Da stimmt was noch nicht. Da stimmt was. Da stimmt was noch nicht. Junge, ich musste noch... Alter, wieso... Ich schwör's euch, Leute. Ich flipp gleich aus, ne? So banal. So banal. Das ist nicht mehr normal. Und ich check's trotzdem nicht. Hab ich's jetzt rein? Ja, hab ich. So, hab ich noch ein bisschen Eisen? Nö, ne? Okay. Okay, jetzt aber. Das hat's aber geklappt, oder? Tatsächlich. Es hat was funktioniert. Also... Wow. Was auch immer das jetzt war. Ah, genau. Und das muss hier rein. Weil das ist kaputt. Perfekt. Mir fehlt... Nee, mir fehlt kein Teil. Weiter geht's, Freunde. Was war das? Ey. Weiter geht's. Oh, shit, Mann, Alter. Wieder zurück. Es war nur Spaß, Digga. Es war nur Spaß. Wo muss ich hin? Diesen Fall... Das ist... Hö, gehst du auf, 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 gehst du auf. GG. Oh, let's go, bitches. Ab zum Ofen, ab zum Ofen. Oh, oh. Oder? Lassen die Tür mal lieber zu. Geschafft, oder? Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, schon wieder! Bro! Danke. 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 Ich würde sagen... Wir müssen woanders hin. Bumi, das ist so krass. Aber ich kann noch nicht woanders hin. Oh, da ist die Tür, da ist die Tür, da ist die Tür. Oh mein Gott! Bitte lass mich in Ruhe! Bitte lassen sie mich in Ruhe, Mann! Oh mein Gott! Ich habe Angst! Mama! Holy shit, Mann, Digga! Was war das? Ach du heilige Scheiße, Alter! Ich bin tot! Mein Nacken tut weh! Ich bin so verspannt! Na dein Ernst! Na dein Ernst! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Mach die Scheiß-Tür auf! Hahaha! Step, Bro! She's stuck! Fuck! Junge! Lass mich da durch! Oh, ich schredd da die! Ciao! Ich hab die einfach getötet! Zuuuuuuu! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du heilige Scheiße! Was war das jetzt? Da ist ja noch ein Monster! Irgendwo ist noch ein Monster, Mann! Das war ein drittes Monster nach Huggy Wuggy! Also ich glaube, Chapter 3 kommt nächstes Jahr bestimmt! Also bin ich mir schon fast sicher! Chapter 3 kommt, Freunde! Das war auf jeden Fall nicht das Ende! So! Jetzt bin ich oben! Genau dahin wollte ich hin! Guten Abend, Bruder! Der Stream ist echt nice! Just, Naomi! Danke! Freut mich zu hören! Ich hab dich gerettet, Babygirl! Ich hab dich gerettet! Ich bin jetzt! gefehlte, Baby! Sie sind jetzt! Ich bin 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 jetzt! Wir gehen jetzt! Wir gehen jetzt! Wir gehen jetzt zusammen Spaß haben! Was ist jetzt passiert? Was habe ich jetzt gemacht? Nicht, dass ich, ich will hier nicht weggehen, bevor ich alles erledigt habe. Funktioniert nicht. Irgendwas fehlt noch, Freunde, danke für die ganze Erfahrung, dass ihr reinkommt. Okay, komm, ich, soll ich los, soll ich einfach irgendwo hinlaufen? Ja, komm, ich lauf einfach drauf los. Ich Idiot, Alter, ich bin von hier gekommen. Der Klassiker, Digga, ich lauf einfach wieder zurück. Falsche Richtung, ja, ich hab schon gemerkt, ich hab schon gemerkt. Ja, sorry, ey, kennt ihr One Piece? Kennt ihr Zorro? Ich hab genau seinen, äh, seinen Orientierungssinn. Hm, ich bin mir nicht sicher, ich glaub, hier muss ich noch was machen, aber ich, ich lauf jetzt einfach mal so. Uh, da ist das Licht, Freunde. Wollen wir runterrutschen? Komm. Bin ich unten? Perfekt. Wow, jetzt ist es wieder schön. Okay. Freunde, wir steigen da jetzt ein. Train Code. Hund, Huggy Wuggy, Katze und diese andere. Hund. Hund, Huggy Wuggy, Katze und die Frau. Okay, nochmal, nochmal. Hund, Huggy Wuggy, Katze und die Frau. Hund, Huggy Wuggy, Katze und die Frau. Hund, Huggy Wuggy, Katze und die Frau. Rot, Gelb, Rot, Blau. Nee, hä? Hä? Ich versteh's nicht. Exact Order. Muss ich die tauschen oder so? Ah, hier sind auch Knöpfe. Was haben die Knöpfe zu sagen? Ach so. Aha, Rot, Gelb, Rot, Blau. Rot, Gelb, Rot. Blau. Okay, und jetzt Hund, Huggy Wuggy, Katze, Dame. Hund, Huggy Wuggy, Katze, Dame. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Okay, das muss die Reihenfolge sein. Okay, und jetzt 3, 1, 2, 4. Es fehlt noch irgendwas, Alter. Ach so, jetzt sind die Farben vertauscht, ne? Das muss gelb sein. Das muss gelb sein, warte. Das muss blau sein. Okay, jetzt 3, 1, 2, 4. Okay, wir haben's geschafft, Freunde. Wir haben's geschafft. Ja, let's go, würde ich sagen, oder? Worauf warten wir? Chuchu! Chuchu! Alle Mann an Bord. Langweilig! Ich glaube, wir haben's geschafft, oder? Boah, die macht mir aber auch langsam Angst. Was? Ich habe nie jemanden wie du. Ich habe es nicht gesehen, wie du. Wie lange ich in dieser Fall bin. Wie lange ich in dieser Fall bin? Wie lange? Ich hatte so viel Zeit, um zu denken und zu denken. Zeit, um genau zu verstehen, was ich machen würde und freiwillig. Wir haben Dinge richtig gemacht. Schreckliche Dinge haben passiert. Aber ich weiß, dass alles, was ich für dich tun tun, Wo ist denn die jetzt in? Oh, das wird immer schneller. Okay. Oh, shit, dicker. Was passiert hier? Stop the train! Bremsen! MachEs! Und wir wollen hier nach! Chapter 2 Freunde, das war Chapter 2 Boah, Digga Das Spiel war eine glatte 10 von 10 Was denkt ihr, Leute? Schreibt das mal rein